Servus Leute, ich habe jetzt auch einen Liner besorgt und den werde ich da auseinander eskalieren. Sehen wir mal was rauskommt. Servus Leute, also ich bin jetzt mit meinem Schlauch fertig, äh mit meinem Mundstück. Ich finde es richtig geil geworden. Schön, ich habe also nur Drehungen gemacht und oben habe ich eine Cobra gemacht. Also ich finde es sieht richtig fett aus. Dann werde ich jetzt nächste Review mal testen, wie es so raucht. Ja, haut rein.